kärchenglocken auch genau das ist nicht auch bei mir dann ist schon jetzt vorbereitet können wir schon anfangen genau ja einen schönen guten abend aus pankow aus dem zentrum für historische forschung der polnischen akademie der wissenschaften ich heiße und bin moderatorin des heutigen abend das ist das vierte klaus zernack kollektion in diesem in diesem jahre in dieser reihe das thema das oberthema des kollektions ist geschichte als schlachtfeld mit fragezeichen frauen und geschlechtergeschichte der letzten 50 jahre in europa entwicklungen erfahrungen und vergleiche in den letzten sitzungen haben wir uns mit der frage beschäftigt was brachten die letzten 50 jahre für die akademische forschung sowie für die sichtbarkeit von historischen frauengestalten im öffentlichen raum in den veranstaltungen von klaus zernack kollektion wollen wir dieses jahr gemeinsam über institutionalisierungsangebote der frauen und schlechter forschung sprechen über theoretische und empirische debatten zu gravierenden fragen der historie sowie über mehrdimensionalen verknüpfungen bisher unverbundene bereichen der historischen forschung das thema des kollektions steht ganz im zeichen des wissenschaftlichen erbes des namensgeber der reihe klaus zernack das ermöglicht uns einfach die darstellung der europäischen historischen frauen und geschlechter forschung in der perspektive der beziehungsgeschichte verflechtungsgeschichte mit dem blick sowie klaus zernack aus europa mittel ost europa das heutige thema ist jüdisch polnisch deutsche geschichte in geschlechterperspektive als geschlechtergeschichte die durchs da die in den letzten deptaden haben sich gut etabliert und die geschichte der deutschen und der polnischen juden lässt sich heute nicht mehr schreiben ohne die unterschiedlichen lebensverhältnisse von frauen und männer in den blick zu nehmen so die autorinnen stefanie schüler spingorum in und kirsten heinzen die ich einfach hier zitieren aus dem aus dem buch jüdische geschichte jüdische geschichte als geschlechtergeschichte was sind also die erträge der etablierten durchstatus der starken forschung so jüdische geschichte hüben und rüben für die geschlechtergeschichte die fragen möchte ich einmal unsere beide rednerinnen referentinnen stellen und bevor ich sie vorstelle möchte ich noch ganz kurz zu dem heutigen verlauf des abends sprechen wie gesagt zuerst werden unsere zwei gäste ihre reflexion aus eigener forschung ihre diagnose und prognosen für dieses erforschungsfeld kurz darbieten dann ist auch meine kollegen aus dem kultur forum in potsdam arjana auf sali auf sari dran und stellt kurz eine konkrete biografische macht eine biografisch literarische darbietung zu unserem thema und dann sind sie auch eingeladen mit uns zu diskutieren bitte denken sie dran in dem in dem kasten fragen und antworten ihre fragen kommentare einzugeben ich gehe zu der zu der ersten referentin unseres abends doktor katrin stoll sie ist historikerin affiliiert im kathos kolleg in jena und eine glühende wahlwahrschauerin das wissen wir schon seit jahren ist autorin der monographie die herstellung der wahrheit verfahren gegen ehemalige angehörige der sicherheitspolizei für den bezirk biaustock das war ihre dissertationsarbeit die ist heraus mit herausgeberin von zahlreichen publikationen die ich hier nicht zitieren möchte aber ihre schwerpunkte umfassend vor allem holocaust geschichte historiografie des holocaust post holocaust spaces auch täterforschung aber auch die semitismus antisemitismusforschung und und auch geschichtspolitiken in polen katrin stoll versucht in kurzer ihre reflexion zu denen zu dem thema zu dem heutigen thema und darzustellen liebe katrin vielen dank dass du mit uns bist und ich übergebe jetzt dann das wort nach jena vielen dank für die einladung und für die freundliche vorstellung ich freue mich sehr heute zu ihnen sprechen zu können und mit ihnen diskutieren zu können ich spreche im folgenden aus der perspektive einer forscherin die empirische holocaust forschung macht und sich für fragen der historiografie geschichte interessiert der titel unserer veranstaltung jüdisch polnisch deutsche geschichte geschichten in der geschlechterperspektive historie einer engen verflechtung impliziert die jüdische polnische und deutsche geschichte sei miteinander verbunden diese verbunden hat oder verwobenheit oder eben enge verflechtung wieder untertitel angibt scheint auf den ersten blick offensichtlich insbesondere wenn wir an mein forschungsfeld denken nämlich an die deutsche besatzung polens im zweiten weltkrieg und uns die konstellation vergegenwärtigen in der sich die genozidale gewalt der deutschen besatzer gegen jüdische männer frauen und kinder aus ganz europa abspielte die kultur kritikerin elspeta janitzka spricht in bezug auf die schoah und polen von einer zitat gemeinsamen polnisch jüdischen geschichte die trend zitat ende wenn wir diesen gedanken ergänzen können wir sagen bei der jüdisch polnisch deutschen geschichte handelt es sich um eine gemeinsame geschichte die trend täter opfer und nicht jüdische mehrheits und umgebungsgesellschaft oder gesellschaften sind aufgrund der negativen radikalität antisemitischer gewalt und der tatsache dass die nationalsozialisten das deutsch besetzte polen was die generalgouvernementen und die ins reich deutsche reich eingegliederten polnischen gebiete zum geografischen zentrum des massenmordes an den europäischen juden und jüdinnen im zweiten weltkrieg machten voneinander getrennt und so wie ich meine wohl für immer die israelische historikerin schulamit volkhoff konstatierte kürzlich zitat die deutsche und die jüdische geschichte seien der um sein in den wunderbaren nachkriegsjahren tatsächlich lange auf getrennten faden erzählt worden das gilt auch für das dreieck aus jüdischer polnischer und deutscher geschichte bitte stellen sich jetzt ein dreieck vor ich habe jetzt hier keins aufgemalt aber das könnte man mal interessant ist dabei dass die geschichte polens in der regel und das ist ja auch kein geheimnis als nationalgeschichte erzählt ein beispiel eine von karta herausgegebene quellen sammlung zum september 1939 beginnt wie folgt mit diesem satz der september ist der schlimmste monat in der geschichte polens dieser satz privilegiert die perspektive des polnischen nationalstaates auf kosten der konkreten erfahrungen der staatsbürgerinnen und staatsbürger im allgemeinen und der jüdischen minderheit in polen im besonderen die negative radikalität der partikularen erfahrung einer gruppe nämlich der jüdischen bevölkerung polens die in der zweiten republik bekanntlich zehn prozent an der gesamtbevölkerung stellte wird in diesem zitierten satz unterschlagen beziehungsweise sie ist sprachlich nicht repräsentiert für die polnischen juden und jüdinnen war der september 1939 definitiv nicht der schlimmste monat in der geschichte polens denn die systematische ermordung aller von den deutschen als juden kategorisierten menschen in den ns vernichtungslagern in chelm norberget sowie wo aus treblinka sowie in auschwitz und meidaneck hatte noch gar nicht begonnen es bedarf und sie sehen hier schon wie ich arbeite also rekonstruktion und dann dekonstruktion es bedarf einer wahrnehmungsveränderung damit die polnischen juden und jüdinnen als teil der polnischen geschichte beziehungsweise als teil der geschichte polens gelten voraussetzung dafür ist die antisemitische wahrnehmung von juden als problem in anführungszeichen oder als polnisches problem oder als europäisches problem oder als deutsches problem zu durchbrechen der historiker jan groß der für eine integrierte geschichte polens eintrat und eintritt formulierte das 2016 wie folgt und zwar in einem aufsatz unter dem titel jews as a polish program and why not as part of polish history der aufsatz erschien in diesem band herausgegeben von irena grudinska groß und iva navrotski ich zitiere jan groß what does it do to people when whole swath of society particularly in small towns and villages where all knew each other intimately grow up and live their lives among murderers generations born after the war must now ask themselves how to shake off the nightmare of antisemitic legacy zitat ende diese frage ist für die deutsche tätergesellschaft die ja bekanntlich mit den mördern weitergelebt hat sind ungefähr nur 7000 täter verurteilt worden in der geschichte der bundesrepublik diese frage ist bisher meines wissens für die deutsche gesellschaft so noch nicht gestellt worden es ist auch nicht gefragt worden was ist für die wenigen überlebenden im land der täter also deutschland oder im geografischen zentrum des mordes an den europäischen juden namentlich polen bedeutete nach der schoah dort weiter zu leben was muss es für philipp müller denn den zwangsdienst im sonderkommando auschwitz-birkenau überlebte bedeutet haben 1971 auf einer autobahnraststätte in der bundesrepublik seinen ehemaligen krematoriumsleiter zu sehen und mitte der 70er jahre im kurpark von bad pyrmont den ehemaligen chef der krematorium auschwitz-birkenau peter voss wieder zu treffen die beiden massenmörder lebten wie so viele andere in freiheit und wurden vom deutschen staat dem rechts nachfolger des dritten reiches für ihre taten strafrechtlich nicht zur verantwortung bezogen angesichts der tatsache dass die verfolgung der polnischen juden und jüdinnen ein wesentlicher teil des nationalsozialistischen projekts war alle europäischen juden und jüdinnen im deutschen einflussgebiet unterschiedslos zu ermorden ist die jüdische geschichte zugleich ein teil der geschichte deutschlands polens und eben europas die erste generation der jüdischen historiker und historikerinnen aus polen die nach der befreiung von der deutschen besatzung damit begann die eignisse in situ zu dokumentieren und zu beschreiben war sich dessen bewusst so beschrieb der 1901 in leviv lemberg geborene historiker und schwa überlebende philipp friedmann zugleich direktor der zentralen jüdischen historischen kommission 1949 an einem aufsatz unter dem titel european jewish research on the recent jewish katastrophe zur internationalen dimension der schwa die impact of the tragedy moreover was widespread in extent unlike earlier catastrophes in jewish history which for the most part were confined to one country the nazi holocaust spread over continental europe the international character of the holocaust is of tremendous importance in the scientific study of the events our historiography has always been faced with problems much bigger than the history of any nation instead of covering just one national territory we have to cover whole continents and dozens of countries with heterogeneous political economic and social backgrounds and particular problems the jewish historiography of the holocaust hasn't has an even more complex basis vast quantities of sources scattered over dozens of countries in various languages have been and are being compiled by as many governmental municipal communal international and private institutions with diverse ideological and political approaches with different goals and objectives end of quote was friedmann hier für die akteure die quellen produzierten und hinterließen konstatiert gilt auch für die historiker und historikerinnen die das verhalten ist auf der grundlage dieser quellen rekonstruieren sie schreiben von einem bestimmten standpunkt aus und blicken aus einer bestimmten perspektive auf die vergangenheit den ersten historikern und historiker wenn die zur jüdischen gemeinschaft gehörten und gehörten und gehören und die schwar überlebt hatten ging es in ihrer geschichtsschreibung immer auch darum die grundlage dafür zu legen dass die täter die alles daran gesetzt hatten die spuren ihrer verbrechen zu verwischen strafrechtlich zur verantwortung zu ziehen oder dazu zu erwirken dass das geschehen konnte das projekt einer partikularen jüdischen geschichtsschreibung der schwar war einer dokumentarischen wahrheitsproduktion verpflichtet in der die forschung zugleich eine form der erinnerung oder ein schriftdenkmal war und das war jetzt der rahmen und jetzt komme ich zu unserem thema und zwar der geschlechterperspektive es stellt sich für mich stellen für mich sich für mich folgende fragen und ich sehe es auch als aufgabe von wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern an fragen zu stellen nicht immer die antworten zu haben aber fragen zu formulieren die uns zum denken anregen und vielleicht einen perspektiv wechsel ermöglichen also hier meine fragen wie kann das zentrale ereignis der der jüdisch polnisch deutschen geschichte nämlich die schwar also das zentrale ereignis im 20 jahrhundert im europäischen kontext aus einer geschlechterperspektive erzählt werden wie unterschieden sich die erfahrungen jüdischer frauen und männer in der schwarung jüdischer frauen und männer in der schwar wie schrieben jüdische frauen und männer über das was ihnen widerfuhr und welche stimmen fanden gehör und welche fanden kein gehör die zweite frage wurde anfang der 80er jahre von der feministischen philosophien und historiker john john ringelheim geboren 1939 in brooklyn in eine familie mit polnisch jüdischen wurzeln aufgeworfen und elisa meiländer hat kürzlich in einem aufsatz unter dem titel von geschichten die wir nicht hören wollen ns-forschung jenseits von binarität an john ringelheim und ihre wegweisenden arbeiten erinnert sie verweist darauf dass ihre aufsätze in einer männlich dominierten holocaustforschung in den hintergrund gerieten seien ringelheim habe so mailänder zentrale heuristische denkanstöße geliefert zum beispiel für folgende fragen oder wie fragt für fragen wie diese die eben dann jetzt mailänder formuliert was bedeutet bedeutete smns statt oder in den besetzten gebieten eine heterosexuelle oder lesbische frau ein heteronormativer oder schwuler mann oder aber ein kind zu sein wie reagierten individuen und ihre körper auf einsperrung verfolgung gewalt und ermordung wie er lebten die historischen akteure und akteuren konkret flucht widerstand und versteck und was machen diktatur folgung und besatzung eigentlich mit den menschen sie verweist dann in ihrem aufsatz auf einen text von marion marion kaplan aus geschrieben 2009 10 oder veröffentlicht 2009 10 unter dem titel die gender matter der holocaust und kaplan argumentiert dass es eine form von gender persecution gab und dass gender made a difference in matters of life and death also interessant ist dass diese fragen zum ersten mal in den 80er jahren aufgeworfen worden sind und dass es sehr lange dauert bis sie praktisch von der empirischen holocaust forschung aufgegriffen worden sind zum beispiel mit der frage nicht nur mit der frage nach der erfahrung in gettels und lagern zum beispiel auch mit der erfahrung mit der frage wie waren die überlebenschancen ja also wenn wir auf dns vernichtungslager der sogenannten aktion reinheit gucken dann waren die wenigen die die nazis ausgewählt hatten als arbeitssklaven aus den transporten das waren alles männer während frauen sofort ausschließlich ermordet wurden also das sind so fragen die relativ spät erst gekommen sind und ich glaube so eine 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 geschichte des holocaust aus aus der gender perspektive muss noch geschrieben werden würde ich jetzt erst mal so in den raum stellen ohne jetzt alle arbeiten dazu zu kennen und sie schon dass ich jetzt zu lange gesprochen habe und würde jetzt auch hier an einen punkt setzen und vorschlagen dass wir die von mir aufgefahren aufgeworfenen fragen in der diskussion diskutieren können besten dank katrin für deine für deine darstellung und für deine reflexion du als holocaust forscherin die seit jahren dekaden sich da mit dem thema beschäftigt das was du auch auch in dem kurzen setz präzisen darstellung kurz angesprochen hast ist einfach diese fragen stellen unsere seminare die nicht irgendwie wahrheiten oder fertige antworten zu liefern sondern eben die fragen in den raum zu stellen auch einfachen fragen oder aber was wir auch vergessen zu sagen dass wir auch manchmal die antworten nicht kennen mir werden ich weiß es nicht das ist ja auch ein wichtiger ein wichtiger begleitmotiv von arbeit von von einer historikerin die sich auch mit geschlechtergeschichte beschäftigen du hast einfach mehrere themen so angesprochen und ich denke mal so kompatibel wie du das dargestellt hast vielleicht gibt es die chance dass später in dem in der in der in der diskussion die themen auf die aufgegriffenen themen und thesen kurz zu besprechen oder auch nicht von der recht dramatischen und dramatischen und einfach gruseligen zeiten des holocaust möchte ich einen schritt noch mal in die historie anbieten dass wir uns jetzt mit der geschichte um 1900 beschäftigen unser gast dr angelik leschowski schwer aus aus dresden wird uns über jüdisch polnische und deutsche geschichte in geschlechterperspektive um 1900 kurz kurz referieren und auch ihre reflexion und prognosen für die entwicklung der 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 deutsch study aber auch historischen frauenforschung darstellen also liegt das geschwärts ist autorin von der monographie unter dem titel die umkämpfte tore zur gleichberechtigung frauen bewegungen in galizien bis 1918 ihre forschung schwerpunkte umfassen unter anderem geschichte der mittelosteuropa jüdische geschichte auch geschichte natürlich keine frauenbewegung militärgeschichte und vieles andere wie sie gerade sehen wir kommen für 14 kolloquium zwei vorzügliche expertinnen auf dem gebiet einladen wie bei angelik herzlichen dank für deine für deine anwesenheit bei uns ich gebe das wort jetzt nach dresden ja danke ich danke für die einladung auch für deine schönen einleitenden worte ich habe gerade festgestellt katrin hat hier ein super vortrag vorgelegt und war auch gut im zeitraum ich habe gerade festgestellt ich werde meinen vortrag ein bisschen kürzen müssen und ich glaube ich habe auch ein bisschen anderen zugang gewählt weil ich davon ausgegangen bin dass ich sozusagen auch erst mal so ein stand der historischen forschung bietet um dann eher zu meinen forschungen zu gelangen um um dort sozusagen auch forschungen die im raum stehen anhand meiner arbeit zu präsentieren aber auch quasi perspektiven zu eröffnen die für die jewish satis wertvoll sind aber vielleicht auch für die generelle frauenbewegungsgeschichte ich muss gestehen dass ich vertiefend auf meine forschungen gar nicht so eingehen werde ich will eigentlich eher den weg wählen dass ich tatsächlich mit einer art overview historischer forschungen starte die denke ich vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant sind den weg habe ich gewählt auch weil wir natürlich deutsch jüdische geschichte betrachten wollen das ist kommt bei mir vielleicht ein bisschen aus vor aber ich würde versuchen dann am ende noch mal auch da die brücke zu spannen ich habe mich tatsächlich in erster linie auf polnisch jüdische geschichte aus geschlechter perspektive konzentriert ja vielleicht will ich als erstes damit beginnen einen blick auf polen zu richten und ich würde einleitend gerne das zitat von joanna degla lisek dafür benutzen eine wegbereiterin in den jüdischen studies in polen die konstatiert ich zitiere ohne die jüdische perspektive kann jeder kann jedes verständnis der polnischen vergangenheit nur partiell und unzureichend sein zitat ende möchte ich jetzt einfach mal so im raum stehen lassen möchte sie mitnehmen in die 1990er jahre in polen warum ist das so wichtig klar weil zu dieser zeit sozusagen der fokus ausschließlich und das hatte auch katrin stolz kurz angedeutet natürlich die nationalgeschichte aber auch polnische geschichte vor allem im fokus stand und tatsächlich geschlechter als kategorie nicht existierte generell ist auch das hat katrin auch schon angedeutet in ihrem vortrag seitdem ist auch der fokus generell so dass polnisch jüdische geschichte sehr stark auf argumente für inklusion fokussiert also das argument ist bis heute beständig also jüdische geschichte tatsächlich auch als teil der polnischen geschichte wahrzunehmen also es gibt ja eine kontinuität bis heute auch den diskurs bestimmt schauen wir uns das ist sozusagen auch bloß ein spotlight aber das möchte ich sozusagen auch mit in die diskussion aufnehmen ein beispiel für polen sind zum beispiel auch die die ich habe es bereits bereits mit einer vertreterin genannt die jüdisch feministischen forschungen die anfang der 2000er jahre sehr sehr wichtig sind ich bekomme auch gerade besuch kleine unterbrechung genau ja also die 2000er jahre die sozusagen auch viele publikationen hervorbringen die bedeutsam sind für polen hier möchte ich nur wozana ominskas werk nennen über jüdische frauen porträts in der polnischen literatur aber auch natürlich weil ich sie auch schon genannt habe die vielen publikationen von johanna lisek beziehungsweise degler und ja sie hat natürlich einen ganz wichtigen beitrag zur synthese der polnisch jüdischen und frauen literatur geleistet und hier sei auch nur stellvertretend eines ihrer werke herausgegriffen feminist discourse in jüdisch press in poland ein artikel der auch in der par des par des zeitschrift 2010 in deutschland erschienen ist worauf will ich hinaus es ist natürlich auch wichtig den blick in richtung nicht nur nach polen zu richten in dieser zeit sondern auch in die usa auch hier entstehen verschiedene forschung der richtungsweisen sind auch richtungsweisen insofern als dass sie meine forschungsarbeit beeinflusst haben auch hier hat patrin stolz schon einen namen genannt marion kappler und paula heimen ganz bedeutend die natürlich die individuellen geschichten von frauen präsentieren und fragen der assimilation und andere reflektieren auch hier nur der kurze ein kurzer spotlight sozusagen mit den publikationen auch die memoiren von puar rakowski sind hier zu nennen die heimen sozusagen veröffentlicht und in zusammenarbeit mit antoni polonski und jean frees entsteht natürlich auch ein polinen band der sozusagen wichtige aufsätze über jüdische frauen in osteuropa enthält ja einen wichtigen oder möchte ich auch unbedingt nennen weil er so meine forschung auch wirklich beeinflusst hat ist ein aufsatz von ja schon becken the missing 52 percent research on jewish women in interwar poland and its implication for holocaust hier stellt becken eben fest dass die weibliche mehrheit der polnischen judenheit wenig aufmerksamkeit erlangt hat und das ist sozusagen ja ende ende der neunziger jahre wir dieses fazit sozusagen zieht und für mich auch inspirierend die die anregungen die bacon natürlich gibt und ich finde das sind fragen die auch bis heute noch aktuell sind denn er fragt danach inwiefern eben auch das geschlecht zum beispiel eine rolle für das wirtschaftliche leben in der zwischenkriegszeit spielt und auch wie sozusagen politisches bewusstsein bei männern also bei jüdischen frauen und männern entsteht beziehungsweise sich abbildet das sind fragen die mich sozusagen auch während meiner forschungen begleitet haben ich werde auch gleich diese vorstellen aber zunächst möchte ich auch noch mal einen blick nach deutschland richten weil es insofern auch wichtig ist weil auch hier bahnbrechende publikationen in 2000er jahren entstanden sind und hier greife ich auch katrin steffen heraus ihr buch jüdische polonität was wirklich sehr sehr essentiell ist 2004 über das lupenhof institut herausgegeben 2004 erschienen und ein ja wegweisendes buch warum auch weil ein kleines kapitelchen über die verflechtungsgeschichte von von feminismus und zionismus dargelegt wird und das konkret an anhand einer quelle die frauenzeitschrift er war die in warschau in der zwischenkriegszeit herausgegeben wurde und steffen kommt zu dem jahr zu dem fazit dass auch dieses themenfeld noch völlig ungenügend ausgeleuchtet sei sogar lizen speziell mit der region mit der ich mich auch oder zu der ich auch immer noch forsche eine region die mir sehr am herzen liegt auch hier zu galizien entstehen wichtige arbeiten hier möchte ich natürlich die tisch höchst war vor allen dingen nennen mit der ich auch sehr eng zusammengearbeitet habe und auch ihren aufsatz erfahrung als politische kategorie herausgreifen quasi die publizistik der zionistin rusia pommerans damit sind wir sozusagen auch beim thema das sind wichtige arbeiten ich habe jetzt natürlich nicht nach israel geschaut auch da könnte man noch sozusagen berücken bauen oder die arbeiten die wichtig auch für meine arbeit waren letzten endes wichtig erscheint mir und damit möchte ich sozusagen auch in meine forschung einsteigen die frauenbewegungsgeschichte um 1900 war das große thema meiner doktorarbeit wo ich natürlich am beispiel galiciens mir drei also drei ethno religiöse frauenbewegung ausgewählt habe an deren beispiel ich eben auch aufzeige wie frauen sich organisieren wie sie ihre vereine strukturieren wie sie zusammenarbeiten und die große these die ich sozusagen auch in den raum gestellt haben ja es gab nicht nur konkurrenz es gab nicht nur eindeutig festschreibbare nationale geschichten sondern es gibt davon abgesehen auch kooperative momente und dies sozusagen auch anhand dieser drei frauenbewegungen abzubilden war mir ein ganz großes anliegen ja letzten endes geht es bei frauenbewegungsgeschichte um 1900 und das hat die klin tüchter natürlich mit ihrem großartigen buch geschichte als performance politische bewegung galicia um 1900 sehr gut erforscht und wir haben wie gesagt auch eng zusammengearbeitet sie hat es natürlich noch mal auf den punkt gebracht was ich in meiner arbeit getan habe ist natürlich konkrete frauenvereine also nicht nur eine komparitistische arbeit vorzulegen sondern frauenvereine konkret zu untersuchen und hierbei ist mir eben auch wichtig gewesen die jüdischen frauen in den mittelpunkt auch zu rücken weil immer wieder ich in den werken die ich gelesen habe mir immer wieder diese these untergekommen ist ja jüdische frauen haben sich einfach nicht organisiert genau und das wiederum habe ich auch versucht zu widerlegen also eine einerseits aufzuzeigen wie jüdische frauen in polnischen frauenvereinen engagiert waren waren wie sie allerdings auch ausgeschlossen wurden also antisemitismus spielt natürlich eine große rolle ganz klar und wichtig war mir aber auch aufzuzeigen dass sich jüdische frauen im sinne natürlich wenn man diese schablone nimmt des nationalen auch in der zionistischen bewegung sehr aktiv waren und man auch von einer zionistischen frauenbewegung in galizien sprechen kann 1908 ist sozusagen eines der wichtigsten wichtigsten daten blicken wir auf die jüdische frauenvereinsgeschichte in galizien und ich bin im prinzip auch über die klin durch das forschung auf die rosa rosa pomeranz gestoßen eine der großen wenn man so will pionierinnen der der frauenvereine der zionistischen frauenvereine in galizien aber nicht nur dass sie war natürlich auch die erste und einzige jüdische parlamentarierin der zwischenkriegszeit ja über sie oder mit ihr bin ich dann tatsächlich und das ist sozusagen dann auch teil der arbeit gewesen auf einen ganz spezifischen frauenverein gestoßen den kochowitschowskich das möchte ich hier sozusagen auch als beispiel mit in die diskussion einbringen einem frauenverein der in lemberg existierte ich habe mich in meiner doktorarbeit natürlich nur bis zu dem zeitrahmen 1918 beschäftigt habe aber festgestellt okay die geschichte des frauenvereins endet nicht abrupt sondern sie beginnt auch wieder und dieser frauenverein letzten endes der längst am längsten existierende frauenverein zwischen 1908 und 1939 also ein frauenverein der für auch für die polnische geschichte polnisch jüdische geschichte sehr wichtig ist und natürlich auch für die region galizien ja das thema der doktorarbeit war irgendwann durch die these die große these die ich in den raum gestellt hatte war tatsächlich und ich konnte es auch belegen dass natürlich frauen über ihre ethno-religiösen grenzen hinweg zusammengearbeitet haben und die region geprägt haben wir können von einem feminismus sprechen der sozusagen sich in allen drei man es in den kategorien national sozusagen fast einem feminismus einen nationalen feminismus der doch viele gemeinsamkeiten hat und das ist etwas was für das ich eben auch plädiere vergleichend vergleichende forschungen die immer noch notwendig sind und auch für die zwischenkriegszeit notwendig sind und ich denke dass auch hier beispielsweise die zusammenarbeit zur zur deutschen frauenbewegung ganz ganz essentiell sind dabei ist ivona sicherlich noch mehr aber auch hier gibt es vielfältige verflechtungen wo ich meine dass die auch noch nicht in gänze erforscht sind ich komme noch zu dem punkt den ich gerade angesprochen hatte der frauenverein in lemberg und das ist vielleicht jetzt so der input auch für die diskussion die frauenvereins geschichte geht bei mir sozusagen noch weiter ich habe angeschlossen an die doktorarbeit und bedingt auch weil ich mich mehr mit jüdischen studies beschäftigt habe quasi hier den jüdischen frauenverein ko kobe jdorfskich noch näher analysiert bin in die zwischenkriegszeit gegangen und habe irgendwann 2015 auch eine persönliche anfrage bekommen als expertin für diesen frauenverein ob ich denn ich noch mehr informationen über den frauenverein hätte weil seine geschichte ist sozusagen bis heute greifbar und aktuell und es geht eben konkret auch um israelische geschichte so viel vielleicht nur dazu es ist eine eine arbeit die tatsächlich nicht abgeschlossen ist an der ich noch immer arbeite seit 2015 aber es gibt ein erstes zwischenergebnis wenn man so will in der studie judaica ist ein großer aufsatz erschienen wo ich sozusagen mit der geschichte des vereins beschäftige und vor allen dingen ich mit biografie geschichte auseinandersetze aber auch da merke dass es grenzen gibt durch den holocaust natürlich auch bedingt quellen fehlen dass auch auch das erschwert natürlich meine arbeit aber auch die anderen kollegen kolleginnen und was mir eben auch wichtig ist ist auch zu zeigen gerade auch zionistische frauen waren sehr sehr aktiv in der zionistischen bewegung und sie haben einen wesentlichen beitrag auch zur politisierung einen wesentlichen beitrag beigetragen und auch was die emanzipation angeht oder auch den feminismus im zionismus das was kathrin steffen schon vor ich weiß nicht wie viele jahren sozusagen aufgedeckt hat tatsächlich ein untersuchungsgegenstand ist der sich eben auch gut anhand meines vereines aufzeigen lässt und zwar insofern als das einzelne mitglieder tatsächlich auch die stadtpolitik in den berg bestimmt haben und sich für frauenanliegen eingesetzt haben also um das noch mal zusammenzufassen dieser frauenverein der steht eigentlich für politisierung und feminismus das war mir wichtig sozusagen auch in der forschung zu betonen aber es ist tatsächlich noch viel arbeit notwendig und das sind punkte grad feminismus auch im vergleich zur zur rothenisch ukrainischen frauenbewegung oder zur polnischen frauenbewegung der zeit denke ich gibt es auch viele brücken beziehungsweise auch ähnlichkeiten die noch nicht hinreichend erforscht sind und man muss dazu sagen im falle dieses vereins auch die die netzwerke konkreten netzwerke nach israel also es ist ja nicht so klar die mehrheit dieser frauen ist sozusagen wurde im holocaust getötet aber es gibt frauen die schon in der zwischentriegszeit ausgewandert sind und diese frauenarbeit mit unterstützt haben also als gegenwart arbeit nicht sondern von israel aus und das hat ja auch sozusagen eine verflechtungsgeschichte und die frauen haben sozusagen an einem anderen ort im sinne des vereins ja auch gewirkt und es gibt auch rückwirkungen also das sind dinge wo ich denke auch die netzwerk analysen sind ganz ganz wichtig nicht nur für die jewish studies oder für die zionistischen studien mit blick natürlich auf geschlechtergeschichte ich versuche es noch mal ganz kurz zu halten auch wenn ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin und das vor allem anhand eben dass das vereinzelt präsentiert habe aber so meine diagnose oder ausblick den ich gerne geben möchte ist und hier möchte ich auch gerne die worte von von natalia alexion aufgreifen die polnisch jüdische geschichte muss definitiv noch aufgearbeitet werden also auch mit mehr frauengeschichte im zentrum und gerade die bereiche wirtschaftsgeschichte religionsgeschichte sind da noch unter repräsentiert und auch das thema welches beispielsweise in der deutsch jüdischen geschichte schon gut erforscht ist zum beispiel mischehen polnischer juden oder jüdinnen ist ein thema das eben auch in polen noch wenig bearbeitet ist ja und ich habe schon genannt jüdische politik und die politisierung von frauen in politischen bewegungen noch immer ein thema das nicht abgeschlossen also mir auch nicht abgeschlossen scheint und tatsächlich nicht nur am beispiel von galizien noch aufgearbeitet werden muss sondern natürlich auch übergreifend in anderen regionen und ländern ja was ist noch wichtig public history definitiv da ist auch mehr zu tun ich habe jetzt nur zwei einzelne beispiele herausgegriffen wo ich viele also potenzial sehe und das ist zum einen zum einen die online enzyklopädie jüdischer frauen schalvi heimen enzyklopädie jüdischer frauen die seit 20 21 online ist wo man sozusagen auch ganz viele polnisch jüdische biografien von frauen findet und noch ein anderes schönes beispiel ist natürlich auch polnisch jüdische geschichte die quasi in die stadtgeschichte integriert wird wenn sie das center for urban studies in live kennen dort gibt es sozusagen live interaktiv das heißt man kann digital auch plätze orte oder persönlichkeiten kennenlernen der stadt und das finde ich sehr schöne beispiele auch für für öffentliche projekte die auch außerhalb der aus außerhalb des akademischen bereichs eine vielzahl von von menschen auch erreichen können ich könnte noch viele publikationen nennen die jetzt in letzter zeit herausgekommen sind das mache ich jetzt nicht mehr ich schließe ich habe die zeit sowieso schon wahrscheinlich streng überschritten und würde mich natürlich auch freuen über fragen beziehungsweise freue mich auch auf die diskussion besten dank vielleicht haben sie mitbekommen ich habe es eisprich notiert sowohl bei kathrin stoll präsentation als auch bei angeleschafts geschwärts und es gibt wirklich enorm viele viele themen die wir einfach gemeinsam diskutieren können aber eins ist sicher die namen von den kanonen also namen von den autorinnen von kanonischen werken sind schon gefallen also es gibt einfach enorm viel in der forschung gemacht worden aber ihr beide habt ihr wirklich die 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 ausblicke und auch eigene sozusagen vorschläge gemacht was was und was noch dazu weiter gemacht werden soll es wurde auch über methoden reflektiert über die eben die methoden der der jüdischen der verflechtung aber auch über biografische zug zugänge das ist sie auch ein wichtiger part der der forschung aber auch hat sich in beiden in beiden kurzen statements diese die tatsache gezeigt dass die prozesse der implementierung der der ansätze der geschlechterforschung der frauenforschung der frauen sichtbar machen die sind ja schon dekaden lang also die die dauern schon seit drei vier eben fünf dekaden und das ist einfach eben das ist das thema unserer unsere treffen in ramm von klaus sender kolloquien wie lange dauert das was sind die erträge bisherige erträge und was können wir machen was haben wir was können wir für fragen stellen für die für die forschung für die für uns selbst aber auch für für die nachkommende generation von forscherinnen und forscher ich habe gesagt ich will fragen aber bevor wir wirklich zu so eine diskussionsrunde aufmachen ich möchte gerne auch das wort an arjane aus haare geben die ist mitarbeiterin am kulturforum östliches europa in potsdam und das was angelic in dem letzten satz angesprochen hat public history also diese sichtbar machung in der in der öffentlichkeit also quasi von dem elfenbein türmscher eine historikerin eines historikers in die in das volk unter volk zu bringen arjane afsari ist eben die expertin der trainer und kulturforum hat vor kurzem ein literarisches reiseführer durch galizien herausgebracht und haben sie mal schon wieder haben wir galizien als passprototo für die deutsch-jüdisch polnische geschichte sowohl um 1900 aber auch dann später die holocaust geschichte arjane afsari wird kurz über eine konkrete person sie wird einfach eine biografische sozusagen annäherung uns kurz darstellen liebe ariane ich gebe dir das wort ja dankeschön ibana danke auch an meine vorrednerin dr steuer und dr der schaffst ski schwerk für die sehr interessanten ausführungen wie gesagt an diese überleitung ja hatte ich mir auch gerade gedacht passt jetzt ganz gut denn bei der vorstellung unseres literarischen reiseführers galizien auf der frankfurter brummesse in der letzten woche ist mir wieder bewusst geworden dass daran im zusammenhang mit der stadt bodi also in galizien gelegen eine frau erwähnt wird die die deutsch polnisch-jüdische beflechtung sehr schillernd widerspiegelt nämlich rosa schapiere genau also hier einfach zur verdeutlichung hier oben ist brodi in galizien rosa schapiere wird am 9 september 1874 im galizischen brodi geboren dass zu dieser zeit teil der doppelmonarchie österreich ungarn ist die zwischen 1795 und 1918 bestehende österreichisch-russische grenze liegt rund sieben kilometer nordöstlich des stadtgebiets schon seit der ersten teilung polen-litauens 1772 trennte das vom habsburger reich annektierte brodi eine grenze von seiner vorerst polnisch gebliebenen schwesterstadt adjiviu nach der zweiten teilung des landes 1793 an der österreich nicht beteiligt war ändert sich daran noch nichts als zwei jahre später die mächtigen nachbarn preußen österreich und russland erneut zugriffen und die letzten gebiete des von europas karte nunmehr getilgten viel völkerreiches untereinander aufteilten verlief bei bodi die österreichisch-russische staatsgrenze um ein stadtbild brodis zu zeichnen können wir die schwester von rosa schapiere anna schapiere mit einem zitat aus ihrer 1907 veröffentlichten novelle meine tante chane zu wort kommen lassen in der galizischen handelsstadt gab es gemauerte häuser und gepflasterte straßen sie hatte viel verkehr und ihre bewohner waren sehr aufgeklärt es lag wohl manches durcheinander in diesen köpfen an alter talmud weisheit und deutschen liberalen zeitungs phrasen denn brave fortschrittliche männer waren sie und die revolution von 48 fand viel begeisterung bei ihnen sie taten bloß nicht mit das schickte sich bei ihnen nicht klug waren sie auch und verstanden ihren vorteil erst trieben sie offen handel mit russland und als man der stadt ihre privilegien nah und die freistaat aufhob organisierten sie den schmuggel vortrefflich es ging zwar nicht mehr so gut wie ihr dem aber dafür konnten sie nichts halt helle köpfe waren es in ganz galizien und noch darüber hinaus in litauen rühmte man ihren verstand rodi war bei der annexion durch die habsburger monarchie die zweitgrößte stadt galiciens übertraf lemberg in bezug auf das handelsvolumen um das achtfache und sorgte für mehr als die hälfte des gesamtgalizischen warenverkehrs um diese rolle nicht durch eine zollgrenze zu gefährden genehmigte das der galizische landesgouverneur 1773 eine ausnahme die brodi wie anna schapiere es auch im zitat erwähnt zur freihandelszone machte ihre blüte zeit erfuhr die handelsstadt dann um die wände vom 18 zum 19 jahrhundert doch spätestens nach einem verheerenden brand 1859 in dessen folge kredite für die reparatur aufgenommen werden mussten begann der wirtschaftliche niedergang brodis 1879 wurde das freihandelsprivileg aufgehoben und das ebenfalls von anna schapiere angedeutete schmuggelwesen nahm an bedeutung zu der vater anselm schapiere war händler agathe lothringer seine frau gutsbesitzer gutsbesitzer tochter rosa und ihre schwestern wurden zu hause unterrichtet und nicht wie der 20 jahre später als rosa also 1894 in brodi geborene josef rot an der wichtigsten bildungsinstitution brodis der 1818 gegründeten und von der jüdischen gemeinde finanzierten israelitischen realschule hier im bild oben links in der immerhin auch 15 bis 20 prozent der schüler christen waren diese schule wurde nach 1875 nach 1865 sukzessive zum vollständigen kk kronprinz budolf gymnasium aufgewertet nach 1853 finanzierte die brodia jüdische gemeinde auch eine israelitische haupt und mädchenschule die hinsichtlich der schülerzahl die größte schule der stadt war also auch wenn rosa und ihre geschwister häuslich unterrichtet wurden so besteht auch eine gewisse wahrscheinlichkeit dass ihre eltern vielleicht sogar ihre großeltern eine dieser schulen besuchten die oberschicht der brodia jüdischen gemeinde hielt sich damals für aufgeklärt und bekannte sich größtenteils zu haskala auch wenn sie natürlich weiterhin berühmte orthodoxe rabbiner und talmudgelehrte hervorbrachte herausragender literarischer verfechter der reform jüdischen agenda war der 1827 hier geborene deutsch jüdische dichter und sekretär der hiesigen handels und gewerbekammer leo herzberg fränkel im 1898 auf anregung und unterstützung des kronprinzen budolf in wien veröffentlichten 19 band des monumentalen werks die österreichisch ungarische monarchie in wort und bild erwähnt er die fortschrittliche deutsch israelite israelite israelitische realschule in brodi und lobt die bildungs- und lernbegierde galizischer juden nirgends finden sich so viele autodidakten und man staunt zuweilen ein selbst angeeignetes profundes wissen zu finden natürlich ist es kein systematisches schulmäßiges wissen dass sich diese auf sich selbst angewiesenen jungen leute aneignen die kaum bis lesens kundig schiller zur hand nehmen oder die philosophischen schriften mendelsons oder sogar kann es kritik der rein vernunft studieren das erste buch nachdem der autodidakt greift ist auswandlos ein deutsches bei dem diese sprache vermöge des jüdisch deutschen idioms zugänglicher ist überdies das deutsche ihm alles was europäisch ist kultur kunst und fortschritt bedeutet so herzberg fränkel von diesem berätten zeugnis davon liegt eben auch berät des zeugnis rosa shapira ab während die ärmeren leute insbesondere wenn sie dem kassidismus noch anhingen sicherlich jüdisch sprachen neigte die oberschicht wohl dazu wie auch aus dem zitat herzberg fränkels hervorgeht ihre kinder auf hochdeutsch zu erziehen dennoch ist davon auszugehen dass letztere jüdisch ebenfalls beherrschen oder es zumindest verstanden das gilt sicherlich gleichfalls für die familie shapira auch wenn die geschwister in ihren lebensläufen nur das deutsche polnische und französische erwähnen die shapira es gehörten jedenfalls zu jener sozialen schicht wohlhabender deutschsprachiger und überregional vernetzter kaufleute die für brodi so typisch war die deutsche sprache hatte hier durch ihre internationalen handelskontakte und die wichtigen beziehungen zum politischen zentrum wien einen überdurchschnittlich hohen stellenwert den sie auch behielt als in den jahrzehnten nach 1867 in galizien zunehmend polnisch das öffentliche leben zu dominieren begann rodis wirtschaftliche orientierung nach west und ost hatte dazu geführt dass zu und abwanderung ein integraler bestandteil des städtischen selbstverständnis waren handelsniederlassungen in leipzig in odessa wurden in der ersten hälfte des 19 jahrhunderts nicht aus not gegründet sondern um die eigenen aufstiegsmöglichkeiten zu verbessern es verwundert daher nicht dass die shapiris in den 1980er jahren die möglichkeit in den 1980 90er jahren die möglichkeit ergriffen in hamburg ein besseres fortkommen zu suchen vermutlich bewahrten rosa und anne shapira zeitlebens die erinnerung an brodi als selbstbewusste jüdische gemeinde brodi war ein zentralort der aschkenasischen geistesgeschichte und sowohl für die jüdische orthodoxie als auch für die jüdische aufklärung in ganz mit ostmitteleuropa von enormer bedeutung vielleicht war es auch dieses selbstverständnis das dazu führte dass beide schwestern auch als assimilierte und sozialdemokratische jüdinnen niemals zum christentum übertraten rosa shapira sagt über sich selbst zum internationalismus war ich wohl durch geburt erziehung und lebensschicksal bestimmt rosa zeigte sich früh von der zeitgenössischen kunst begeistert und zog zum studium der kunstgeschichte an orte die frauen in zugang zu hochschulen ermöglichten in die schweiz nach leipzig berlin und heidelberg als eine der ersten kunsthistorien wurde sie in deutschland promoviert bereits 1897 publizierte sie den in den sozialistischen monatsheften den aufsatz ein wort zur frauen emanzipation darin distanzierte sie sich von der bürgerlichen frauenbewegung die lediglich die erschließung immer neuer berufsarten für die frau hütertrennung in der ehe erweiterung der rechte der mutter förderer sie stellte diesen forderungen die lage der proletarischen frauen gegenüber und erklärte die lösung der frauenfrage ist in erster ist erst in einer gesellschaft möglich in der der mensch den beruf und nicht der beruf den menschen hat als autorin übersetzerin aus dem französischen und polnischen sowie kunstsammlerin stand chapire der 1905 in dresden gegründeten expressionistischen künstlergruppe die brücke nahe deren mitglieder vor allem der grafiker und maler karlschmidt rottluft sie als kunstkennerin und märzene zu schätzen mussten 1907 wurde sie passives mitglied der brücke rosa chapire hatte nie eine festanstellung führte immer ein selbstbestimmtes finanziell aber häufig prekäres leben als freie kunsthistorikerin stand also nicht im blick der öffentlichkeit doch ihre mitgliedschaft im jüdischen kulturbund hamburgs und vor allem ihr leidenschaftliches engagement für den expressionismus blieb den nationalsozialisten nicht verborgen die ihren namen unter der rubrik kritiker der systemzeit auf der ausstellung entartete kunst 1937 aufführten und sie damit auch öffentlich diffamierten außerdem war auf der ausstellung ein porträt rosa chapires von schmidt rottluft zu sehen im august 1939 konnte sie nach england emigrieren mithilfe von fritz sachsel und gertrud bing vom wabu wabu institute das führende zentrum für das studium der interaktion zwischen ideen bildern und gesellschaft sie nahm aus dem schönsten profanen raum hamburgs in ihrem zimmer hatte sie alle von karl schmidt rottluft erworbenen werbe werke und auch die andere expressionisten gesammelt großformatige gemälde plastiken zwei künstlerisch gestaltete holzkästen schmuckarbeiten eine grafiksammlung und mehr als 150 künstler postkarten mit nach england alle weiteren gemälde kunstgegenstände ihre bibliothek und hausrat wurden in einem container bei einer hamburger transportfirma eingelagert und im september 1941 von der gestapo geschlagnahmt im oktober desselben jahres wurde der inhalt als judengut in einer amtlichen aktion versteigert es ist ein wunder wie chapire überhaupt etwas von ihrem besitz retten konnte durch zahlreiche vorschriften und erlässe wurde versucht das jüdische vermögen von auswandernden juden im deutschen reich zu behalten ab april 38 mussten juden ihr vermögen auch ihre kunstgegenstände bewerten lassen und bei der finanzbehörde anmelden die mitnahme von umzugs gut musste ab dezember 38 behördlich genehmigt werden ab dem ersten märz 1939 wurden juden dazu verpflichtet schmuckstücke und edelmetalle die ihnen gehörten bei fandleianstalten abzugeben ihnen sollte der materialwert dafür erstattet werden dies war aber nur selten der fall rosa chapire besaß mehrere schmuckstücke die von karschmidt rottluft gestaltet wurden diesen schmuck übergab sie ihre freundin damit dieser nicht an die behörden fiele wann die schmuckstücke wieder zurück zu rosa chapire gelangten ist unbekannt aber zu ihrem todeszeitpunkt besaß sie sie wieder generell war der export von privat und kunstbesitz kurz zu beginn des zweiten weltkrieges nicht einfach rosa chapire hatte anscheinend einen weg gefunden die vorschriften zu umgehen die annahme liegt nahe dass sie ihre kunstsammlung auf illegalem weg aus dem deutschen reich exportiert hat die kunstgegenstände zusammen mit rosa chapire die zusammen mit rosa chapire nach england kamen sind weder auf den prüflisten für güter die sie im hamburger hafen einlagerte noch im verzeichnis ihres reisegepäcks es ist möglich dass gustav del banco ein jüdischer kunsthändler der schon 1930 nach england emigrierte rosa chapire half chapire und gustav del bankos mutter elsa die inzwischen auch in england lebte hatten ein sehr gutes verhältnis außerdem interessierte sich gustav del banco selbst für die moderne kunst vor allem für den expressionismus in london wohnte rosa chapire zur untermiete und zog häufig um sie schrieb artikel und lieferte recherche zur arbeit für andere emigrierte künstler sie konnte in london einige bestehende netzwerke aktivieren zu ludwig meitner hatte sie kontakt in london dabei schuf er 1946 porträtskizzen von ihr hier auf der rechten seite doch ihr leidenschaftliches engagement für den expressionismus hat in england nur wenig widerhall gerade expressionismus wurde hier nämlich als genuin deutsch verstanden und deshalb nach ausbruch des zweiten weltkriegs mit skepsis betrachtet sie war in eine situation zurückgeworfen die sie zu beginn des 20 jahrhunderts in deutschland erlebt hatte als sie die expressionistische kunstigen widerstände von museums direktoren presse und publikum popularisieren wollte trotzdem hielt sie in england weiterhin vorträge verliehe bilder aus ihrer sammlung machte führung erst einige jahre nach dem zweiten weltkrieg publizierte sie wieder in englischen exil meist in der kunstzeitschrift eidos journal of painting sculpture and design wichtig sind vor allem ihre rezension deutscher kunstbücher zum beispiel eine über die beschlagnahmeaktion entartete kunst die sonst im englischen raum wohl nicht rezipiert worden wären sie übernehmen nahm wie sie es auch selbst sagte eine kulturelle mittlerfunktion zwischen deutschland und england 1952 bis 54 war sie london korrespondentin der zeitschrift weltkunst und verfasste jetzt 30 ausstellungs- und buchrezensionen die sie sich an kunstinteressierte laien und sammler wandten sie bestückte auch die erste ausstellung in london zur modernen mit so auch die erste über schmidt-rottloff in leicester 1953 rosa chapire starb 1954 an einer herzattacke auf der freitreppe der tate gallery kurz nach ihrem 79 geburtstag an dem sie gesagt hatte sie möchte keinen tag länger leben als sie arbeiten kann chapire war bereits in den jahren des kaiserreichs und der weimarer republik eigentlich gleich mehrfach minderheit als osteuropäische migrantin als jüdin promovierte kunsthistorikerin und unverheiratete die sie die sich ihren lebensunterhalt selbst erwirtschaften musste oder wie sabine schulze herausgeberin eines sammelbandes über rosa chapire und die expressionisten ausdrückt fräulein dr rosa chapire ist als frau eine ausnahmeerscheinung im expressionistischen milieu weder als muse noch als modell tätig hat sie keinen platz in der erotisch aufgeladenen arbeitssituation der wohnateliers auch die rolle der liebend einfühlsamen ehefrau fällt ihr nicht zu sie steht den künstlern unabhängig und aktiv gegenüber sie interpretiert die kunstwerke der von ihr geschätzten maler sucht nach ausstellungsflächen käufern und mit zehn berufliches interesse verwandelt sich in freundschaft ihr engagement wird durch geschenke belohnt grafiken bilder und schmuck werden ihr als anerkennung für ihre vermittlungsarbeit übergeben bis sie 1939 eine respektable sammlung von mehr als 600 werken besitzt vielen dank besten dank liebe ariane für die darstellung von rosa chapire nicht nur sie sondern mehrere von unseren protagonisten können wirklich ein illustres beispiel sein für diese verflechtung der geschichte katrin hat vor kurzem im gespräch mit mir über pola nirenska gesprochen und hat auch die die rezensionen zu dem buch über pola nirenska geschrieben angelique hat einfach rosa melzer dargestellt aber ich kann es auch über helena rebekel shapiro wiederum sprechen eine jüdisch polnisch und deutsche und dann auch in großbritannien wirkende pädagogin das sind einfach einzelne einzelne biografien die einfach zeigen die diese verflechtung diese diese dieses und kann man dann einfach nicht trennen da da wir gerade in die in die zweite phase unseres treffens übergehen würde ich gerne das das publikum animieren uns fragen zu stellen kommentaren oder eine herzliche wie soll ich sagen sogar der alboni ist gerade ich weiß nicht wie kann ich das auf deutsch auf deutsch also eine eine zustimmung für unsere für unsere thesen oder eine herzliche gegenstimmung ich habe es wirklich fragen an euch drei an euch zwei als expertinnen aber ich sehe schon katrin stoll hebt das hand und ich gebe dir das wort gerne ja vielen dank ich wollte das aufnehmen was du gesagt hast und das verbinden also du hast ja auch pola nirenska erwähnt die tänzerin und das buch und das war jetzt bei dem vortrag auch sehr schön über rosa chapire also dieser für die frauen in der in der zeit emanzipation durch kunst ja also das glaube ich dass das stichwort und vielleicht können wir das noch mal ein bisschen vertiefen also was auch diese am ende kam heraus diese mehrfach dieser status als als mehrfach minderheit oder außenseiterin und war in dem fall unverheiratet osteuropäische migrantin in deutschland und wie also was für eine stärke und was für mut auch diese diese frauen dann brauchten um so ein selbstbestimmtes leben zu leben und auch die parallele zu pola nirenska mit der immigration nach nach england in den dreißiger jahren und who knows also vielleicht haben sie sich sogar gekannt oder getroffen also das fand ich sehr spannend und dann natürlich der holocaust bricht wieder rein und das wie sie das am ende dann auch dargelegt haben ja das fand ich auch sehr spannend bei ihrer rezension die pola nirenska war ja dann mit dem karski verheiratet und ich meine der war ja wirklich eine berühmtheit eigentlich in polen und das hat mich auch ziemlich mitgenommen dass das dass sie darauf eingegangen ist und auch ja anscheinend unglaublich darunter gelitten hat obwohl sie noch so so aktiv war und ganz schnell eine ganz große fotografin wurde weil weil die eigentlich langweilig war so habe ich das verstanden also ja das ist eigentlich dann diese heirat ihr so ein bisschen auf den ja dieses aktive genommen hat also habe ich nicht richtig verstanden warum er ihr verboten hat tänzerin zu bleiben also weil er eine ehefrau haben wollte die zu hause sitzt und nicht mehr ihren beruf ausübt und das ist schon aber auch erstaunlich eben bei pola weil sie wirklich ja auch damals gegen widerstände ihres vaters durchgesetzt hat dass sie tanzt in den zwanzigern und den dreißigern und da hat sie sich durchgesetzt aber bei karski hat sie das dann nicht geschafft und auch dann naja auch katholisch geheiratet und dann auch praktisch ihre jüdische religion in dem fall auch dann zurückgestellt oder verleugnet aber ich denke mal das ist ja ein schicksal von vielen protagonistinnen das könnte man wirklich irgendwie mehrere solche 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 biografien feststellen brüchen und mit 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 vielen ganz dramatischen wendungen in der indem in dem in dem linearen verlauf des des gesamten lebens aber das was katrin gesagt hat emanzipation durch kunst ich würde auch dazu sagen durch wissenschaft durch viele andere eben das was angelic gesagt hat politische tätigkeit dieses politiker agenda die 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 auch jüdisch polnischer eben jüdische polonität um katrin steffen zu zitieren die frauen aus der jüdischen polonität oder die 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 deutsche bürgerinnen aus dem aus dem jüdischen hause ich habe zwei fragen die eigentlich naiv und trivial erscheinen aber ich möchte sie trotzdem stellen wie gesagt wir wollen keine fertige antworten für die für die große fragen liefern ich frage mich ob es heutzutage heutzutage man oder man die 22 eine jüdisch polnisch deutsche geschichte geschlechtergeschichte möglich ist bezogen auf konkrete themen wie holocaust wie moderne um 1900 oder aber auch eine 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 etwas sozusagen eine geschichtsschreibung also etwas was vielleicht ein jahrhundert umfest das ist die eine simple frage und die zweite wäre welche themen welche methoden und welche zugänge sind notwendig um tatsächlich diese diese geschichtsschreibung und dieses mitnehmen von von jüdisch jüdischen geschichte in die europäische geschichte mitzunehmen und die dritte frage ist ja auch aus euren darstellungen kann ich auch habe ich auch so irgendwie für mich notiert das ist auch artefakte artefakte ihre eigene geschichte haben sowie sowie die bilder und die gesamte provenienzforschung bücher provenienzforschung eben nach dem zweiten weltweg die kann man auch in die in dieser deutsch jüdisch polnische geschichte mit 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 einnehmen das sind meine fragen an anderen kathrin und angelic selbstverständlich pickt euch das was was euch am besten passt angelic würdest du würdest du anfangen gerne mal klar vielleicht zu deiner ersten frage es ist natürlich eine schwierige frage aus meiner sicht kann man also ich würde sie einfach beantworten ja tatsächlich es ist möglich die geschlechtergeschichte sozusagen aus mehreren perspektiven zu schreiben aber ich sehe gerade heutzutage ja angesichts von ja erstarkenden nationalistischen bewegungen auch sozusagen arbeit an anderer front wenn ich es auf den punkt bringen darf also es geht es geht um die geschlechtergeschichte auch als ganzes und wenn wir es noch nicht mal thematisch runterbrechen finde ich muss auch gesellschaftlich viel viel mehr getan werden also ich sehe es nicht nur als aufgabe der wissenschaft ich sehe es auch als teil der der auch der public history und ich sehe es auch als teil einer zivilgesellschaftlichen arbeit also du hast es eingangs schon erwähnt gewonnen dieses seit seit jahren also gibt es ja sozusagen zugänge möglichkeiten theorien aber ich habe so teilweise den den eindruck und blicken wir jetzt nur ich greife jetzt nur polen heraus habe ich den eindruck da verkehrt sich gerade alles oder es ist also ich frage mich dann immer wie wie kann das wie kann das passieren aber das passiert ja nicht nur in polen diese tendenzen haben wir ja auch in anderen ländern und also ich plädiere auf jeden fall dafür dass man natürlich geschichte oder geschlechtergeschichte so schreibt dass sie nicht nur transnational ist und länder übergreifend und wenn jetzt natürlich jetzt unterbrechen auf die polnisch jüdische geschichte und die deutsch jüdische geschichte ja sie ist möglich aber es bedarf viel arbeit und das ist die arbeit nicht nur von wissenschaftlern wissenschaftlerinnen gehe ich trotzdem jetzt auf die wissenschaftlerinnen und wissenschaftler ein dann denke ich sind natürlich viele viele möglichkeiten noch gegeben was die methoden und die zugänge angeht ich würde sagen aus meiner perspektive auch vor allem die emotions geschichte und auch großen teilen hat die gewaltgeschichte also die gewaltgeschichte auch hier denke ich sind noch auf jedenfalls hier noch potenzial um sozusagen mit oder durch die linse der geschlechterforschung noch zu neuen erkenntnissen zu gelangen ich plädiere auch dafür was die raumforschung angeht auch hier es liegen ja feministische erforschungen vor auch hier sozusagen auch noch mal ein neues prisma anzulegen und auch hier was die in den special turn angeht auch hier sozusagen noch mal neue perspektiven die es gibt auch aufzugreifen oder anzugehen mit blick auf die galizische geschichte finde ich auch hier aber zusammen in teilen haben das auch schon forscherinnen oder forscher getan auch hier ich hatte es auch schon erwähnt netzwerkanalysen auch hier ich kann jetzt nur das beispiel meiner forschung herausgreifen und die wieso-organisation beispielsweise herausgreifen also die organisation zionistischer frauen auch hier wäre ein ansatz möglich global zu schauen wie haben zionistinnen zusammengearbeitet in dieser organisation wie bildet sich das sozusagen auch regional ab auch im falle galiciens also auch hier konkrete netzwerk analysen auch hier gibt es ja neue neue ansätze die sich sicherlich als fruchtbar erweisen und deine letzte frage auf die ich noch mal eingehen würde artefakte ja das ist absolut wichtig das ist natürlich auch etwas was viele museen nicht nur in deutschland beschäftigt also das hat ja sozusagen auch noch mal einen ganz anderen charakter aber ich finde auch auf der ebene auf dieser ebene sind natürlich möglichkeiten gegeben ich denke jetzt natürlich auch wieder nur an mein feld aber auch hier sozusagen marginalisierte geschichte zu präsentieren oder oder aufzubereiten es kommt natürlich darauf an was für artefakte vorliegen aber das denke ich setzt auch noch mal neuere würde ich sagen auch museumspädagogische ideen voraus oder auch zugänge die die gemeinsam im team nicht nur wissenschaftler wissenschaftlerin aber arbeiten sollten sondern tatsächlich auch in zusammenarbeit mit expertinnen auf diesem gebiet also das finde ich sehr sehr wichtig besten dank das war so richtig ein potkuri an lösungen die man so um am besten um sofort umsetzen möchte wenn ich so an die public history denke oder museumspädagogik da oder halt einfach raus aus dem eltenbeintürmchen von uns und raus aus der aus aus der quasi wissenschaftliches hemisphäre rein rein in die breitere öffentlichkeit patrin wie siehst du das so vielleicht den punkt aufgreifen der methodischen zugänge also was man glaube ich was man jetzt sage ich schon man was man frau was mensch von der geschlechter perspektive lernen kann ist ja dass eine kritische frauen und geschlechter geschichte relational arbeitet ja es geht immer darum frauen und wenn eine gruppen gesellschaftliche gruppen in relation zueinander zu analysieren und die 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 macht beziehungen und auch eben sowas wie komplizenschaft unterordnungen marginalisierung von und durch frauen also das hat mir jetzt auch an dem beispiel und paula nirenska da in dem punkt mit der ehe mit kars die ist eben dann so eine form von unterordnung der aufgrund der männlichen herrschaft und des patriarchats also das hat sie ja also musste sie irgendwie machen weil weil die die verhältnisse so waren wie sie waren und und ich glaube da diese methodischen ansätze sind fruchtbar also dieses relationale denken und auch sowas vielleicht müsste wir haben jetzt viel über frauen gesprochen aber geschlechter geschichte heißt ja dann auch so eine männlichkeitsgeschichte und das das hat auch elisa meylander in ihrem aufsatz den ich anfangs zitierte sehr schön aufgezeigt also was heißt das zum beispiel für die gewaltgeschichte des nationalsozialismus und eben die frage warum das so attraktiv war für eine bestimmte gruppe von männern massenhafte gewalt auszuüben auch in einer gruppe und diese berühmten ordinary man bei browning sind ja männer also die alle diejenigen die ein einsatzgruppen angehörige und so weiter die da vor ort durch 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 patronen töten das das sind ja sind ja alles männer und und das heißt nicht dass frauen nicht auch täterinnen im nationalsozialismus waren oder sowas aber diese frage was eigentlich vielleicht so kennzeichnen einer spezifischen männlichen täterschaft sind oder sowas dass das könnte glaube ich ist glaube ich noch zu sehr vernachlässigt worden auch von dieser ganzen täterforschung also die gehen einfach darüber hinweg als ob das nicht unwichtig wäre als ob das nicht wichtig wäre dass das eben überwiegend männer waren die da die da diesen massenmord verübt haben und ja also unsere so eine feministische perspektive glaube ich ja müsste auch immer dann gucken und sie hatten das angedeutet diese frage der der backlash und wie wir dann werden dann dinge die wieder erkämpft worden sind was zum beispiel die selbstbestimmung des des weiblichen körpers angeht und die autonomie über den eigenen körper dass die dass das nicht etwas ist was was einmal zeigt ja auch wieder der fall polen oder jetzt auch die usa dass das nicht wenn es einmal erkämpft war so bleibt sondern dass es immer wieder die herrschenden kräfte gibt und bestimmte institutionen wie zum beispiel auch die katholische kirche die versuchen diesen rein privaten raum den wir haben dann zu politisieren oder sowas und und da fiel mir jetzt eben noch ein dass es mal apropos vielleicht auch zukunft dieser dieser forschungsrichtung frauen und schlechter geschichte oder gender geschichte auch in polen es gab glaube ich meine na fu ich weiß nicht mehr ob das in den 80er waren also legen sie mich jetzt nicht auf das datum fest also jemand hat 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 ein drittel seines lehrdeputats abgegeben damit er ein lehrstuhl für gender geschichte entstehen konnte also so eine geste eines männlichen professors um um irgendwie was zu verändern und eine neue forschungsperspektive einzubringen und dass jetzt vielleicht im zuge des backlashs immer mehr dieser dieser lehrstuhl auch abgeschafft werden ist ja auch zu befürchten nicht nur nicht nur in polen und also ich finde ja da muss man auch die eigene forschung dagegen setzen nur es gehört natürlich auch zu der position von frauen wissenschaftlerinnen im feld die vielleicht dann auch noch politisch engagiert sind dass sie auch dann zum teil mit nicht rezeption abgestraft werden oder sowas und einfach dann nicht nicht zur kenntnis genommen werden und dann wieder marginalisiert werden so viel besten dank besten dank dafür wir sprechen über die lange prozesse der etablierung der geschlechter und frau und frau erst mal frau und geschichte dann auch geschlechter geschichte wir sprechen darüber wie man die nationale bin also die nationale die nationale erzählung durchbricht wie die binarität durchbrechen kann die ganze die ganze kategorien dekonstruieren aber trotzdem versuchen zu einer eine komplexe geschichte zu erzählen und in dem was 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 ich von euch gehört habe wenn ich auf den punkt und gerade auch nach wie vor an oder die 22 frauen und geschlechtergeschichte zu betreiben braucht man wirklich geld und ressourcen und das glaube ich so wie so wie so wie es katrin kurz erwähnt hat das ist langsam im absterben die 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 ressourcen das beste beispiel dafür ist diese umbenennung der geschlechtergeschichte oder den historien an der universität jena und es wird im paar jahre 2025 glaube ich als digital humanities lehrstuhl umbenannt das heißt die 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 professor geschlechtergeschichte von gisela metter wird sozusagen dicht gemacht und daraus entstehen digital humanities das heißt man braucht tatsächlich politische agenda und auch die jenige die einfach der frauen und geschlechterforschung wohl besonnen sind das ist glaube ich eine geschichte die seit das je und je erzählt wird ressourcen und gelder und institutionen die einfach es zu sagen zu erlauben gerade solche solche forschung zu betreiben haben unsere renten haben unsere panelistinnen weitere weitere themen oder kontroversen ich würde gerne noch mal nachfragen und zwar habe ich mich bei der vorbereitung auf das gelaufen heute bin ich auf bücher gestoßen die die weibliche rolle beim beim jüdischen widerstand leuchten und das fand ich wirklich sehr interessant weil anscheinend gerade bei dem ghetto aufstand waren es wirklich hauptsächlich frauen die die zuträger arbeit gemacht haben die für den informationsfluss an fronten gesorgt haben und da habe ich mich gefragt also das ist ja eigentlich auch was was dann dieser nationalität wieder aufbrechen könnte wenn man es eher aus der geschlechtergeschichte sieht ich weiß nicht ob diese einschätzung irgendwie ihre zustimmung findet aber für mich war das irgendwie ein sehr sehr schöner ansatz jetzt nicht nach der nation zu gucken oder nach wer da mitgearbeitet hat sondern die frauen organisiert waren und eben geholfen haben diesen auf diese diesen widerstand zu unterstützen vielleicht kann ich kurz anfangen patrin ist sicherlich dann noch mehr die expertin was die holocaust geschichte angeht aber ich ich finde es gut was ariane afsari hier auch sozusagen mit in die runde gibt weil eben abseits dieses nationalen auch zu schauen nicht nur wie frauen sich organisiert haben sondern die frauen auch und hier sind wir vielleicht auch an einem punkt ja wie frauen auch aktiv ja mitgewirkt haben in kämpfen oder um sich zu verteidigen oder widerstand zu leisten und ich glaube das ist zum beispiel etwas was tatsächlich also ich kann es jetzt nur am beispiel galiciens auch wieder aufgreifen aber auch hier hätte man sozusagen eine schöne möglichkeit des vergleiches weil es gab auch in der geschichte ukrainischen widerstand es gab auch polnischen widerstand das wäre natürlich auch eine ebene wo ich sagen würde das ist natürlich etwas für die für die geschlechtergeschichte um das noch mal näher zu analysieren zu konkretisieren und ich glaube auch in der jüdischen geschichte selbst ist tatsächlich dieser jüdische widerstand der ja aktiv gewesen ist und er eben nicht passiv dass das auch noch so ein moment ist wo zum tragen kommt ja frauen waren ebenso aktiv wie die männer also auch noch mal so eine ganz andere ebene aber ich würde ich würde auch dafür plädieren wie es ariane afsari tatsächlich vorschlägt da über das nationale hinaus auch noch mal zu schauen welche implikation das tatsächlich auch durch die geschlechtergeschichte noch bekommen kann also ich glaube auch hier sind noch weitere forschungen notwendig ja als theoretikerin würde ich erst mal wieder die frage stellen was ist jüdischer widerstand also der jüdischer widerstand ist erstmal dann im holocaust schon also wenn man also der der überlebenswille wenn man sich dem plan der deutschen alle von ihnen als juden kategorisierten menschen unterschiedslos zu ermorden wenn man sich diesem plan widersetzen versucht zu überleben ist das schon ein akt des widerstands und das unterschied zum beispiel eben den jüdischen widerstand von dem von anderen widerstand also jüda bauer hat mal definiert jüdischen widerstand als zitat jede form der gruppenaktion die bewusst als opposition gegen bekannt oder mutmaßlich gegen juden gerichtete gesetze aktion oder absichten der deutschen ihre helfer unternommen wurde dann hat er aber dann in einem späteren aufsatz kritisiert dass individuelle widerstands akte da nicht vorkommen hat dann eine weitere definition noch verwendet und den das konzept der amida eingeführt ich weiß nicht ob das jemandem bekannt ist schreibt selber das sei schwierig zu übersetzen es meint so etwas wie sich gegen jemanden erheben stand zu halten und dazu gehört für ihn eben auch bewaffneter und unbewaffneter widerstand also und wenn man jetzt als an da würde ich jetzt auch nicht nur an frauen denken sondern sehr wichtig waren zum beispiel kinder im für das warschauer ghetto die lebensmittel geschmuggelt haben ins warschauer ghetto also das war eine der hauptquelle der versorgung also das kann man da jetzt nicht nur dann vielleicht aus dieser weiblichen perspektive sehen sondern müsste das noch weiter dann anschauen und genau diese ganzen auch natürlich in den ghettos selber also das ja kinder unterrichtet werden und kulturelle pädagogische aktivitäten und so weiter oder oneg schabbat es ist auch eine form jüdischen widerstands also und da natürlich kann man dann auch noch mal gucken welche welche rolle haben zum beispiel frauen gespielt in dem bei oneg schabbat und und warum vielleicht sind die nicht so präsent und wie die andere die oben um emmanuel ringel blum dokumente gesammelt haben und die verbrechen dokumentiert haben und so weiter also ich denke ja da ist noch viel zu 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 erforschen besten dank mich dass du noch ich frage auch unsere kollegen die den den technischen die technische unterstützung leistet ob sich da fragen bei facebook ob da fragen auch bei facebook sind weil hier so bei der bei der bei der bei der fragen und antworten gibt es keine arjana folgtest du möchtest du noch was fragen in den raum stellen dann würde ich aufgrund der fortgeschrittener abendstunde kurz resumieren wollen und zwar das ist einfach ein resumier der aus einem aus einem satz besteht die benötigen noch mehr forschungen noch mehr reflexion innerhalb der historiker zunft aber auch bei einem außerhalb der dazu wir brauchen auch ressourcen wir brauchen nachwuchs forscherinnen die sich mit konkreten fragen grundlagenforschung auch beschäftigen aber auch schöne theoretische rahmungen erarbeiten so dass wir tatsächlich diese diese prozesse aktiv sehen dass man tatsächlich die prozesse beeinflussen kann und nicht wieder dass die 50 jahre frauen und geschlechtergeschichte darunter auch die jüdische geschichte jüdische frauen geschichte irgendwie am aussterben ist was es momentan nicht selten der fall ist wenn ich so milder sagen darf ich danke unseren panelistinnen dr kathrin stoll in jena und dr angelic lich stadt geschwäck in dresden ich danke auch gerne auf sari aus potsdam für die für die beiträge für die für die reflektion und tatsächlich ausblicke ich danke meine kollegin für das technische eben für die technische unterstützung und last but not least ich danke meinem minderjährigen persönlichen assistent der ausgehalten hat vielen herzlichen dank für die für die inspirierende stunde die über auch schwierige themen und fragen handelte und ich hoffe wir bleiben am werk wir bleiben am wahl sowohl wenn es um die popularisierung geht aber auch wenn es um um die erforschung der jüdisch polnisch deutschen geschlechtergeschichte in mittel europa in einem herzlichen dank es kommt es zuschauern besten dank einen schönen abend noch